Jetzt gehe ich weg. Hallo, ich bin jetzt in meiner Hütte. Hallo, wir sind hier gerade in der Hütte. Und das sind meine Kuscheltiere, die habe ich mitgenommen. Das sind einmal Fledi, Löwi und Raphael. Und die Schnecke habe ich hier gefunden. Die lebt übrigens auch noch. Hallo, ich habe mich gerade in meiner Hütte teleportiert. Und wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr es gerne anklicken und vielleicht auch liken. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ich habe da gerade eine Schnecke gefunden. Und ja, die hinterlässt natürlich Schleimspuren. Ich habe es tagelang hier keine Schnecken mehr gesehen, deswegen, ja, und wegen Schnecken für Naturgehörle, habe ich mir gesagt, ich filme einfach mal die Schnecke. Wir haben hier einen wunderbaren Ausblick. Tschüss, wenn ihr wollt, könnt ihr einen Tag da lassen. Ich habe nur, wenn ihr wollt.